Es liegt auch ein bisschen an den Russen, bleibt sitzen. Es liegt ein bisschen an euch. Ihr habt weit genug weg, ich hab Vorsprung. Weil ganz im Ernst, die haben doch überall alles weggedopt, oder? Die letzten Olympischen Spiele, alles komplett weg. Wo haben die sich, wo habt ihr euch das letzte Mal gedopt? Da dachte ich echt, das kann doch nicht sein. Beim Curling. Jetzt mal ohne Scheiß, beim Curling. Was kommt als nächstes? Beim Billiardspielen? Wie ist das wohl aufgefallen, beim Curling sich dopen zu lassen? Dimitri, mach mal nicht zu schnell. Das fällt auf. Dimitri, mach mal Halblam. Da kommen die Leute, du machst... Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Du schabst das ganze Eis weg, Dimitri. Hör auf. Ich weiß nicht, Leintérieur. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass wir uns größten sein werden.